Okay, okay, okay. Nein, stopp. Ich mag das. Das ist das beste Level. Ja. Seile. Also ich mag die Seile-Level sowieso allgemein. Wow. Du bist so bescheuert. Komm auch gleich wieder meine Freunde, da sind sie schon. Pass auf, sonst brennt gleich deinen Arsch. Ja, das kommt noch dazu. Jetzt kommt die Melodie, glaub ich. Doch nicht. Vor allem ist das geil. Das Seil brennt erstmal da und wartet, bis du dran bist. Ja. Du bist auf jeden Fall da. Das kannst du auf jeden Fall ganz gut sein, das. Was? Mit deiner wunderschönen Stimme zu singen, ja. Bin ich echt amused. Wow. Wow. Du alter Suchti. Warum? Nur so. Wow. Warum bin ich denn jetzt ein Suchti? Wann hast du das durchgezockt? Ist aber schon lange, ja, Mensch. Ja, ja. Wo ist denn das Problem? Glaube ich dir nicht. Wie glaubst du mir? Hä? Sonst wahrscheinlich vor kurzem erst gemacht hast. Ne. Eigentlich nicht. Ich mein, warum ich das selber so gut kann, oder? Generell. Oh geil, ich hol mir am Seil einen runter. Fischspinner. Aha. Guck mal, normalerweise müsstest du ja die Lonte wegschneiden, ne? Ja, normalerweise bräuchtest du eine Schere oder wegknabbern, oder so, oder... Keine Ahnung, kannst ja auch... ...am Arsch packen, oder so. Ach ja. Aber der Wichser. Warte mal, wie war das? Äh... Ich warst du Donkey Kong Sprung. Dankeschön. Boah ey, so ein Saftsack. Warum? Das und das erste aus dem Snow Level. Mag ich und ist mein allerliebstes Level. Beide. Gibt's nix drüber. Und ich kann kotzen bei dem Level hier. Ach komm, du hast die Hälfte geschafft. So viel zu mehr, beim anderen hast du auch die Hälfte letztens geschafft. Du hast doch einen guten Schnitt. Jede Stunde machst du einfach ein Level. Wo wir aufnehmen. Mhm. Ich drück' schön sogar, dass er sich reut und so, aber... ...vom Rhein, wozu? Ach, Mensch. Das sind Affen. Affen, die Klamotten anhaben. Da hat einer einen Schlafanzug oder so ne Quatsch an. Also bitte dich. Ein Strampler. Ein Strampler ist das. Oh, ein Strampler. Ich vermisse die alte Musik. Deine Aufnahme ist das noch so klar. Naja, ich mach's ja schon hell. Ich mach's ja extra hell. Ich würd ja auch im Dunkel durchschwimmen. Mhm. Mal, da brauch's es nicht. Hier ist es hell genug. Boah. Gleich. Ich tippe mal, dass es hier durch die... dieses Zustechen kommt. Boah. Was war das denn? Mal sie auch nicht. Normalerweise macht das automatisch, wenn du die Taste gedrückt hältst, aber... Ich glaub nicht, wenn du drüber bist... ...muss genau gerade sein. Kannst du auch noch in ganzen Sätzen sprechen? Nö. Ich musste nur grad gehen. Ach so. Das ist wie niesen, da kann ich nicht Sätze zu Ende sprechen. Fuck. Toll. Was kann es schöneres geben... ...als die Musik der Säge? Allmählich geht mir das mal auf den Geist grad. Ja, komm. Nein, das Level ist ganz, ganz okay. Nein, das ist scheiße. Gib den Level jetzt nicht die Schuld. Ist es wie bei dir zu dunkel? Nein. Nur in der Aufnahme halt, ne. Okay. Du siehst ja in der OBS. Ja, ich weiß. Wie geht's rum, wenn's, wie geht's so dunkel ist? Überleg mal, wo wir aufgenommen hatten, wo wir das nicht die Aufnahme währenddessen gesehen haben. Ne? Gab's ja auch noch. Ich sag ja nur Fraps. Ich sag ja nur Fraps. Ja, ich mach's ein bisschen heller. Also ganz anders, wie gesagt, das Level. Fraps ist das scheiß Programm. Fraps ist ja nicht schlecht, Oleg. Dxtory war besser. Im Gegensatz zu Fraps. Aber Dxtory funktioniert ja bei dir nicht. Hm. Warum auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht war auch gegen was eingestellt, ob ich ne falsche Datei hatte oder so. Ja. We?? Ich sag ja, wir müssen auch gleich die Muschel linking. Dödödödö, du? Du willst doch nicht rein. Mmöö. Erle? NÉ. Warum nicht? Ich hab keine Lust dazu im Prinzip. Keine Lust dazu. Aha. Was ist dann noch sonst? Sondern dass du's machen musst. das würde ich bei 100 prozent machen aber nicht das klappt fisch ok da kommen das zweite pärchen er ist ein trick das wird doch hohoho onkel ja warte das ist ein dummer fisch beleuchtet vor dem der alles erhält er sei nein er darf eine glühbirne geschluckt und die feier seiner furzt und das ist dann überall zu sehen es ist einer ein strahler ach so und das auch durch die wände durch geht ja das ist durchlässig guck dir doch die korallen die korallen an korallen sind dauerhaft grün aus es ist gar nicht sexy ihr mit euch du bist dauerhaft ja passiert was schlimm bei dem level ist hier kein weg ist richtig es sind alle irgendwo musste nicht und die hatten wir gerade auch schon mal das 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 jetzt kommt nochmal welche bestimmt hin und her und runter und hoch hin und her und runter und hoch und der finger in den po und vielleicht steht das dabei so froh leben nur noch ja ich habe ein großes gefühl ok ich glaube wenn du nur drei leben hast dann schaffst du das gut 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020